Ja, der eine oder andere kennt die Serie Breaking Bad und heute stelle ich mal die Minifiguren dazu vor. Die nachher gezeigten chinesischen Breaking Bad Minifiguren, die könnt ihr auf AliExpress stellen. Das ist aus China, da kosten jetzt 8 Figuren um die 6 Euro. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Fangen wir mit Walter White alias Mr. Hasenberg an. In seiner Arbeitskleidung. Soll wohl so einen Anzug darstellen mit Kapuze. Das Ganze so in gelbem, ein bisschen orange. Hier seht ihr mal den Kopf. Finde ich auch sehr gut gemacht mit Bart und Brille. Dann hat er hier so blaue, einmal Handschuhe an. Sein Kompagnon, der Jesse Pinkman. Den haben wir hier. Hat ja öfter dann so die Mütze getragen. Gut, die Augen. Ja, ich möchte nicht wissen, was er da wieder genommen hat. Sieht ein bisschen alienhaft aus. So ein bisschen blau. Kann man die Mütze, ja die kann man abnehmen. Die ist aber jetzt, Moment. Oh, jetzt habe ich schon geteilt. Hammer, Jesse, Pinkman. Zack. Seht ihr, könnt ihr so abmachen. Oh, ist jetzt. Tricks Mütze. Schnell wieder hier drauf machen. Und dann hat er so ein bisschen Geld in der Hand. Und der hat dann denselben Anzug an. Aber hier noch so ein T-Shirt drunter. Auch dann die Eimerhandschuhe. Ja, und sieht von hinten aus wie der Walter. Hier haben wir den Walter nochmal. Auch wieder, das ist wahrscheinlich so auf Anfangsszene erste Folge bezogen. Also wo die Einblendung kam, wo der da in dem Wohnwagen war mit dieser Schürze. Weil, wenn man die Schürze jetzt mal hoch macht. Na, ich finde das geil. Guckt mal hier, da läuft er ja mit der Unterbuchse in der Wüste rum. Hier habt ihr so ein bisschen Brustbehaarung. Ja, dann halt die bösen Drogen in der Hand, die ihr so herstellt. Ja, und dann hier mal mithaaren. Und da haben sie, glaube ich, von Commissioner Gordon von Batman das Gesicht genommen. Der sieht nämlich, glaube ich, genauso aus. Das eine hier passt eigentlich besser als das andere. Also es ist der Walter White Commissioner Gordon. Oh, der hat ihn hier. Cool. Ich habe gerade gesehen, da hat er noch eine Waffe hinten drin. Not bad, not bad. Breaking bad. Oh, da haben wir den Hank Shredder. Habe ich das auch richtig? Shredder? Wie von den Turtles? Der Shredder? Also der Polizist. Seht ihr? Mit Marke, Jacke, Buchs, Ballermann in der Hand. Ja, und der guckt halt ein bisschen streng. Ich muss auch gerade einen rauspressen. Wer weiß das schon? Jo, Mr. Hank. Dann haben wir nochmal den Walter. Walter. Walter, nicht Walter. Sagen Walter. Auch hier wieder böse Droge in der Hand. Mit Hemd. Gürtel hat er an der Buchs dran. Jo, das passt auch wieder ein bisschen besser hier mit Bart und Brille. Und, ja, da könnt ihr dann vier Gewinnspiele in der Schiffe versenken. Und, The Pink Man zweimal. Oh, oh. Ups. Jo, hier wieder mit Kleidungsstück. Da hat er so ein Drei-Tage-Bart. Die Augen sind mal normal. Nicht so blau wie bei dem hier. Hallo, ich bin der Mr. Pink Man. Und zur Rückseite ist wahrscheinlich, oh, nichts Weltbewegendes. Aufregendes. So, einmal nochmal den Jesse. Ich muss mal hier, so, zack. Das ist wahrscheinlich so sein Party-Outfit für daheim. Auch hier wieder so ein Oberteil an. So eine Jacke. Und dann hat er, sieht aus wie so eine Skeletthand, gell, die so nach unten zeigt. Hier das. Ach, hier wieder die grünen, die blauen Augen. Da haben sie, da haben sie denselben Kopf benutzt. Jo, denselben Kopf. Hier wieder mit Kapuze und der Mütz. Jo, und der Beste zum Schluss Saul Goodman. Better Call Saul mit Telefon natürlich. Wichtigste. Der war ja ziemlich cool auch in der Serie. Der Anwalt. Ja, hier mit Anzug. Ganz in braun und roter Krawatte. Gelben Hemd. Better Call Saul. So, hurra. Dann habe ich euch mal die Breaking Bad. Moment, ich muss mal gerade hier. Zack. Minifiguren, die ihr in China für kleines Geld bestellen könnt. Auch mal gezeigt. Jo, wenn wäre es was für Sammler und für Kinder natürlich nichts. Und, ja, dann wisst ihr mal, wie die so aussehen. Das war ja Teil von YouTube. Sag ich mal tschö, bis zum nächsten Mal.